Ja, schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren und herzlich willkommen zur vierteiligen Vortragsreihe Ökologien und Kunstgeschichte. Schön, dass Sie sich so zahlreich zugeschaltet haben. Mein Name ist Dominik Braband, ich bin hier am ZI stellvertretender Direktor. Begriffe wie Ökologie, Anthropozän, Klimawandel, Nachhaltigkeit oder auch fachspezifische Termini wie Eco-Criticism, bestimmen den öffentlichen Diskurs seit vielen Jahren mit zunehmender Dringlichkeit, auch und doch ganz besonders auch im Bereich der Kunst und der Kunstgeschichte. Blickt man auf die großen Kunstausstellungen wie etwa die Kunst- oder Architekturbiennal in Venedig, die ja gerade angelaufen ist, so lässt sich unschwer eine Zunahme an künstlerischen Arbeiten und Projekten feststellen, die die ökologische Frage nach der Zukunft des Planeten ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. In der FAZ schrieb Niklas Mark vor wenigen Tagen zur jüngsten Ausgabe der Biennale, dass neben Arbeiten zur Migration und zu Fremdheitserfahrungen vor allem, Zitat, biologisch aufgerüstete Science-Fiction dominiere. Dennoch ist eine Annäherung beider Disziplinen, zumindest aus der Perspektive beider Fächer, noch ein relativ junges Phänomen. Soweit ich sehe, taucht der Begriff Ökologie im kunsthistorischen Kontext erst ab den 1970er Jahren vermerkt auf, zunächst im Kontext des Schutzes von Naturräumen wie etwa Landschaftsgerben. 1983 veröffentlichte dann Henry Markowski eine Untersuchung mit dem Titel Die Natur dem Menschen untertan, Ökologie im Spiegel der Landschaftsmalerei. Dieser anfänglichen Ferne der zwei Disziplinen ist aber entgegenzusetzen, dass beide Gebiete im 19. Jahrhundert entstanden sind und auch die Künstlerinnen und Künstler dieser Epoche in vielfacher Hinsicht bereits ökologische Fragen ins Werk gesetzt haben. Ökologie von griechisch Eukos Haus, Behausung Heimat und Logos der Lehre wurde zunächst in den 1930er Jahren im Kontext der Hygienedebatte von Wohnungen verwendet. Gemeinem wird angenommen, dass die wesentliche Prägung des Begriffs durch Ernst Heckel erfolgte, der diesen 1866 einführte. Bald schon sollte sich die Bedeutung der Ökologie als Wissenschaft von Lebewesen zu ihrer Außen- bzw. Umwelt durchsetzen. Eine auffällige Parallele, die bereits von der Forschung vielfach thematisiert worden ist, ließe sich darin erkennen, dass Landschaftskünstlerinnen und Künstler zunehmend eine Darstellungsform favorisierten, bei der die Verwobenheit des künstlerischen Blicks auf die Natur in den Mittelpunkt gerückt wurde. Man interessierte sich also vermehrt für die Verflechtungen zwischen dem im Landschaftsgemälde imaginierten Subjekt und seiner Umwelt. Schon Guardis venezianische Veduten im späten 18. Jahrhundert oben sich von Canalettos Ansichten der Stadt entschieden ab, indem sie den Urbanen durch die Kanäle dennoch auch naturförmigen Raum als Sicht des atmosphärisches Gewebe suggerierten. Das wahrnehmende Subjekt konnte sich nicht mehr zentralperspektivisch als gegenüber des Naturraums empfinden und diesen damit okulazentrisch dominieren, sondern erkannte sich vielmehr als unhintergeberer Bestandteil der zwischen Natur und Kultur changierenden Landschaftsräume. Von John Constables neuartigem Impetus auf eine empirische Beobachtung der Natur, wie sie in seinen Wolkenstudien dokumentiert sind, über William Turners formauflösende Atmosphäreräume, in denen sich gewaltige Naturkräfte mit nicht weniger gewaltigen Zivilisationskräften durchdringen, am berühmtesten natürlich in dem Gemälde Regendampf und Geschwindigkeit von 1844 und bis hin zu der neuartigen Aufmerksamkeit der Impressionisten für das hier und jetzt der wahrgenommenen Landschaft, die häufig schon von moderner Technik durchzogen und von Tourismus und Freizeitverhalten überformt war. Durch diese Werke zieht sich also ein neuartiges Bewusstsein über das unhintergehbare Eingebettetsein des Künstlersubjekts in die ihn umgebende Umwelt und vielleicht auch ein Wissen um die wechselseitige Abhängigkeit. Das nur als eine kleiner Gedanke, sozusagen Blick in die ältere uns Geschichte, wie dieses Thema perspektiviert werden könnte. Diese Vortragsreihe ist eine Kooperation zwischen der LMU München, der HBK Braunschweig und dem ZI. Sie setzt sich zum Ziel, unterschiedliche Facetten der Verbindung von Ökologie und Kunstgeschichte zu beleuchten. Zugleich lässt sich die Vortragsreihe auch als eine Auftaktveranstaltung für weitere Forschungstätigkeiten hier am ZI begreifen. In den kommenden Monaten wird hier eine Nachwuchsforschungsgruppe, eine Early-Career-Forschungsgruppe zum Thema Kunst, Umwelt, Ökologie ihre Arbeit aufnehmen, die solche Themenfelder untersuchen und vertiefen wird. Man darf also gespannt sein, welche weiteren Aspekte in den kommenden Jahren hier im Mittelpunkt stehen. Mein herzlicher Dank gilt nun allen Beteiligten der drei Institutionen für die anregende und produktive Vorbereitung dieser Reihe, aber nicht weniger all jenen, die auch an der organisatorischen und technischen Umsetzung beteiligt waren, allen voran Barbara Falterer und Frau Blümel hier vom ZI. Damit übergebe ich weiter an Ursula Strömende. Vielen Dank. Vielen Dank, Dominik. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir mit dieser Veranstaltungsreihe eine Kooperation eingehen und ich jetzt quasi noch eine Verbindung auch zum ZI habe, wo ich eine Weile auch am Studienzentrum gearbeitet und zusammen mit den Kolleginnen eben auch einen Schwerpunkt zu Kunst und Ökologie mit verschiedenen Veranstaltungen, unter anderem auch eine Hans-Hake-Ausstellung organisieren durfte. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute hier mit der ersten Panel-Diskussion zum Grünen Museum starten. An der HBK Braunschweig gibt es eben auch seit einiger Zeit den Schwerpunkt oder den Versuch, Diskussionen zur Grünen Hochschule zu initiieren. So gab es bei uns letztes Jahr eben im Herbst eine Tagung zu Kunst im Klimanotstand. Insofern bietet sich das hier ganz gut ein, auch in die Lehrveranstaltungen. Ich möchte ganz herzlich ane Duki Jordan denken. Sie hat uns die Zeichnung zur Verfügung gestellt mit dem Titel Changing Sex and Ecologies. Sie sehen es hier auf dem Plakat. Danken möchte ich auch Eva Blümel, meinen Kolleginnen an der LMU und am ZI, für diese hochschul- und institutionsübergreifende Kooperation. Hinweisen möchte ich noch auf die kommenden Veranstaltungen. Nach der Veranstaltung heute treffen wir uns wieder am 22. Mai 2024 mit dem Titel Speculative Ecologies in Contemporary Art. Das wird ein Panel sein, das ich zusammen mit Julian Stalter organisiere, mit Carolyn Jones vom MIT, die Anne Duki Jordan-Künstlerin und Pina Joldas, auch eine Künstlerin. Dann folgen wir weiter, 19. Juni, Material Flows and Forces of Nature, ein Panel, das sich eben auch Materialströmen widmet, unter anderem mit Lotte Arndt, Kelly Wilder. Chair sind Bouquet Altinova, Stefan Hoppe, Sophie Junge, Helene Roth und Christa Syrer. Die letzte Veranstaltung am 17. Juli wird vor Ort im ZI stattfinden, beziehungsweise Hybrid, mit dem Titel Natur, Umwelt, Kunst, End- und Grenzungen. Dominik Brabant hat schon darauf hingewiesen, dass das eben auch dann mit der neu eingerichteten Nachwuchsforschergruppe in Verbindung stattfinden wird. Ich freue mich sehr auf die heutige Diskussion und übergebe jetzt hiermit an meine Kollegin. Ja, vielen Dank, Ursula, vielen Dank, Dominik. Guten Abend, liebes Publikum, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe SprecherInnen des heutigen Panels, Nina Schallenberg, Miriam Svast, Ui Luan Tran und Christoph Martin Vogt her. Mein Name ist Boce Dordamadze, ich lehre Kunstgeschichte an der LMU München und leite das Käthe-Hamburger-Kolleg des Konnektivität in Globalisierungsprozessen. Gemeinsam mit meinem Kollegen Matteo Borioni verantworte ich die heutige erste Sitzung unserer Panel-Reihe Ökologien und Kunstgeschichte. Diese Sitzung widmet sich der ökologischen Verantwortung der Kunstinstitutionen. Wir werden zunächst eine sehr kurze Einführung geben. Danach haben unsere Panel-Teilnehmenden die Gelegenheit für kurze Statements und erst nach den vier Impulsvorträgen öffnen wir dann für eine gemeinsame Diskussion. Das heißt, dann sind Sie als Publikum gefragt, aber auch unsere Speaker haben Gelegenheit, untereinander zu diskutieren. Bitte notieren Sie sich also Ihre Fragen und melden sich gern nach den Impulsbeiträgen zu Wort und verwenden Sie. Sie werden sich erinnern an die Zeiten, in der wir sehr häufig auf Zoom miteinander zu tun hatten. Verwenden Sie bitte die von Zoom bereitgestellte Funktion melden, also handheben. Alternativ können Sie Ihre Fragen auch in den Chat schreiben und wir lesen diese vor. Ich möchte darauf hinweisen, dass nicht nur die Impulsvorträge aufgezeichnet werden, sondern die gesamte Diskussion. Das heißt, wenn Sie nicht im Bild erscheinen wollen, können Sie trotzdem Ihre Fragen gerne stellen und dann mit ausgeschalteter Kamera. Das überlasten wir Ihnen. Matteo Brioni und ich haben uns entschlossen, das heutige Panel mit dem Schwerpunkt auf Kunstinstitutionen und Nachhaltigkeitstransformation mit dem Fokus Deutschland vorzubereiten. Denn international lässt sich von sehr unterschiedlichen Diskussionen sprechen, die sich vor der Folie ökologischer oder auch öko-feministischer, post- und dekolonisierender Diskussionen entfalten, bei denen vor allem die Stimme der First Nations in den ökologischen Debatten von Gewicht sind. Und das ließ sich auch auf der Kunstbiennale durchaus nachvollziehen. Hintergrund für den Titel der heutigen Veranstaltung, das Grüne Museum und die Verantwortung der Kunstgeschichte, ist die Beobachtung, dass gerade im und aus dem Fach Kunstgeschichte heraus noch immer recht wenig zur ökologischen Wende in den Museen, den Schlössern und Gärten gearbeitet wird. Oder, anders gesagt, diese Wende der Kunstinstitutionen findet noch weitgehend ohne eine tiefere Reflexion und Reaktion an den Universitäten statt. Auch dazu würden wir gern mit unseren PanelistInnen und unserem Publikum diskutieren und sie können mir da auch gerne widersprechen. Zunächst jedoch lässt sich feststellen, dass noch nie so viel über Klimaschützen, das Sammeln, Verwahren und Zeigen nachgedacht und darum gerungen wurde. Zu nennen ist der Leitfaden Klimaschutz im Museum des Deutschen Museumsbundes, der praktische Handlungsempfehlungen bietet und ökologische Mindeststandards benennt. 11 zu 0 heißt eine Initiative Hamburger Museen, die mehr Klimabewusstsein und Umweltschutz in die Museen und Ausstellungshäuser bringen möchte und dafür unter anderem TransformationsmanagerInnen ausbildet. Das sind nur zwei Beispiele unter vielen, die zeigen, dass ein neues Bewusstsein wächst oder wachsen muss. Andererseits zeigen die Debatten um das in Planung befindliche Berliner Museum des 20. Jahrhunderts bzw. seiner Energiebilanz, dass immer wieder neu um Ausmaß und Ausrichtung eines klimabewussten Museums und seines Programms gerungen wird. Zugleich haben wir es nicht nur mit zirkulierenden Objekten, also ich denke an den Leihverkehr zwischen Kunstinstitutionen und sie begleitenden Personal zu tun. Auch das Publikum ist unterwegs und reist. Es wurde schon erwähnt, erst vergangene Woche eröffnete die Kunstbiennale in Venedig und die Voreröffnungstage für das Fachpublikum, für Presse- und Museumsleute waren, und das kann ich aus eigenem Augenschein bezeugen, turbulente, frowdy days. Doch wie lässt sich ein klimaverträglicher oder klimaschonender Kunstkonsum mit dem Bedürfnis für Austausch, persönliche Begegnungen und Vernetzungen zusammenbringen? Und müssen die Museen tatsächlich in Sachen Klimaschutz und CO2-Reduktion vorangehen, wenn Großindustrien dies weltweit noch nicht in ausreichender Weise tun? Zuletzt ein weiterer Gedanke. Das Museum war auch ein zentraler Ort der ersten Aktion der letzten Generation, die hier auf die unzureichenden Klimaschutzbemühungen der Bundesregierung hinwiesen. Das heißt auch Proteste für mehr Klimaschutz, Proteste für Klimagerechtigkeit, die nicht direkt die Kunstinstitutionen betrafen, fanden in diesen statt. An dieser Stelle übergebe ich an Matteo Burioni. Ja, guten Abend auch von meiner Seite, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Matteo Burioni und ich arbeite in einem Langzeitprojekt der Barschen Akademie der Wissenschaften im Korpus der Borken-Deckenmalerei in Deutschland. Es ist in einer Fassung von Band- und Malerei auf dem Gebiet der Bundesrepublik von 550 bis 1800. Und ob wir heute Abend von Klimafolgen, von Nachhaltigkeit oder vom Grünen Museum reden, entspricht einer leicht anderen Perspektive auf das Thema. Und es war uns auch, meine Professor Burcu Dokamachi hat es bereits gesagt, es war uns auch ein Anliegen, uns beiden das möglichst konkret zu halten. Aber es uns ist schon ganz bewusst, dass es natürlich auch gerade, aus welcher Begriffe man benutzt und dass da durchaus noch Fragen entstehen und dass dieses große Thema Künstler und Ökologie aus von ganz verschiedenen Punkten angegangen und gesehen werden kann. Diese Perspektiven und sichtweit ins Gespräch zu bringen und Erfahrungen vor allen Dingen auch zu sammeln und auszutauschen, ist ein wesentlicher Anliegen des Abends. Dabei sollen auch die Schlösserverwaltung eben ein wesentlicher Player für Kunst und Kultur nicht fehlen. Schließlich gibt es seit November 2019 das von Michael Hörmann und Jens Spanier gegründete Initiativbündnis Historische Gärten im Klimawandel, aber auch andere vielleicht in der Kunstgeschichte nicht so bekannte Vereinigungen wie zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlösserverwaltung oder der Ressau des Chateaux Royal en Europe und auch die Konferenz nationaler Kultureinrichtungen haben verstärkt Initiativen in die Richtung unternommen, über die wir vielleicht noch hören werden. Und damit übergebe ich zurück an Boccio do Gramaci, um unsere erste Panelistin einzuführen. Ja, ich freue mich sehr, in aller Kürze Nina Schallenberg vorzustellen. Sie ist promovierte Kunsthistorikerin und leitet den Bereich Ausstellungen am Jüdischen Museum Berlin. Zuvor arbeitete sie als Kuratorin am Museum Ludwig in Köln, dem Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen und dem Hamburger Bahnhof Nationalgalerie der Gegenwart in Berlin. Seit 2020 engagiert sie sich auf unterschiedlichen Ebenen für Nachhaltigkeit im Museumssektor. Und in Kürze erscheint hierzu ihr Aufsatz, unendliches Wachstum, Gedanken zum musealen Sammeln und Entsammeln angesichts der ökologischen Krise. Ja, das Entsammeln, das klingt ja schon sehr vielversprechend. Dann übergebe ich an Nina Schallenberg und wir freuen uns sehr auf den Beitrag. Ja, also vielen Dank auch meinerseits, für die Einladung an erster Stelle, aber auch für die Organisation von dieser gesamten Reihe und auch all dieser anderen Aktivitäten, von denen ich teilweise auch jetzt erst zum ersten Mal gehört habe. Da bin ich schon sehr gespannt, was da rauskommt. Sie hatten bei der Einladung geschrieben, dass es durchaus auch ein etwas persönlicherer Blick sein kann auf die Thematik. Also aus natürlich meiner Position als Kuratorin, aber auch jetzt Ausstellungsleiterin heraus und auch aufgrund der Erfahrung, die ich als Nachhaltigkeitsbeauftragte einer der größten Kulturstiftungen unseres Landes ja auch sammeln durfte. Ich muss gestehen, dass mir das ein bisschen schwergefallen ist, einen Weg durch dieses Statement zu finden, weil ich tatsächlich seit geraumer Zeit anfange, einiges auch noch mal sehr in Frage zu stellen. Genau, ich fange jetzt einfach mal an und zwar möchte ich gerne also mit einem Gedankenspiel anfangen und zwar, also wie wäre es, wenn wir die Frage eines grünen Museums und auch die Frage einer Verantwortung der Kunstgeschichte von einem Zustand der Welt aus denken, bei dem die Kipppunkte der Ökosysteme vielfach überschritten wurden. Das Dasein der Menschen und Lebewesen auf diesen zukünftigen Planeten wäre in manchen Landstrichen unmöglich. In anderem ließe es sich leben, dennoch unter vollkommen anderen Bedingungen, als wir sie heute kennen. Politisch gesetzte Zielmarken, mit denen wir heute konfrontiert sind, wir zum Beispiel am Jüdischen Museum als Bundeseinrichtung sind mit klimaneutraler Bundesverwaltung bis 2030 konfrontiert, wären nicht erreicht worden in dieser Welt. Die große Transformation, also der sozial-ökologische Umbau der kapitalistischen Industrie- und Konsumgesellschaften, hätte sich als Utopie erwiesen und wäre gescheitert. Die Menschheit wäre jedoch nicht untergegangen, sondern sie wäre immer noch da. Klimafolgenanpassungen im großen Stil wären das Gebot der Stunde, zumindest in jenen Regionen, in denen das Sinn macht. Zu diesem Gedanken oder diesem Gedankenspiel bringen mich aktuelle Studien, wie zum Beispiel jene des Instituts für Klimafolgenforschung hier in Potsdam, auf dessen Seiten ich mich am letzten Wochenende einmal mehr sehr intensiv herumgetrieben habe, und auch sozialwissenschaftliche Diagnosen, wie zum Beispiel jene von Ingolf Blüdern in seiner jüngst erschienenen Veröffentlichung, kann das hier nicht so gut in die Kamera halten, ich sage sie deswegen, Unhaltbarkeit auf dem Weg in eine andere Moderne. Blüdern konstatiert darin, dass insbesondere die wohlhabenden Konsumgesellschaften des globalen Nordens gar nicht bereit sind, ihre gesellschaftlichen Errungenschaften aufzugeben und daher allen Rufen nach Transformation und allen Zielvorgaben zum Trotz in der Nichtnachhaltigkeit verhaben. Ich denke, das ist eine ziemlich klare Beschreibung unserer aktuellen Situation. Blickt man auf das aktuelle Geschehen im Museums- und Ausstellungsbetrieb, so bestätigt sich diese Beobachtung auch hier. Es gibt zwar viele Bestrebungen, die Arbeit der Museen klimafreundlicher zu gestalten. Sie reichen von der Aufweitung der Klimakorridore über Innovationen im Bereich des Ausstellungsbaus bis hin zur Erarbeitung von Leitfäden und Zertifizierungen. Aber seien wir ehrlich, was die einen an Emissionen einsparen, steigern andere um ein Vielfaches durch ihre Flugmeilen, eben wurde Venedig erwähnt, die Neuklimatisierung von Räumlichkeiten und vor allem durch den weltweiten Neubau von Museen und Depots. Von Klimaneutralität sind die meisten Häuser weit entfernt und ich habe großen Zweifel, dass sich dies bis 2040 grundlegend geändert haben soll. 2040 ist die Zielvorgabe der Bundesregierung unter anderem. Damit stelle ich die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit eines grünen Museums nicht grundsätzlich in Frage. Natürlich ist ein verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen sinnvoll und manchen Häusern gelingt da bereits einiges. Wir werden da sicherlich gleich noch mehr zu hören. Nur denke ich, dass wir kaum mit der zukünftigen Situation zurechtkommen werden, wenn wir primär danach streben, Teil einer Transformation zu sein, die im eigentlich notwendigen Umfang nicht stattfinden wird. Ich möchte daher nicht danach fragen, welchen Anteil wir als Museen an der großen Transformation haben, also wie unsere Institutionen grün werden können. Vielmehr möchte ich danach fragen, welche Rolle Museen in einer Welt spielen werden, in der eben diese Transformation nicht stattgefunden hat. In einer solchen Lage wird sich ein Museum, so denke ich, heute vor allem zwei Gedanken machen müssen. Erstens muss es mit den dann immer gravierender werdenden Klimafolgen klarkommen. Das heißt, dass die Häuser jetzt die Klimafolgenanpassung priorisieren sollten. In aktuellen Leitfäden zur Nachhaltigkeit von Museen, zum Beispiel in dem des Deutschen Museumsbundes, steht die Klimafolgenanpassung meist am Schluss, nach den Vorschlägen zur Reduktion von Emotionen. Wäre es nicht viel realistischer, wenn wir die Anpassungen an den Anfang unserer Maßnahmenkataloge setzen? Zweitens muss ich ein Museum fragen, welche Bedeutung die von ihm bewahrte Sammlung an historischen Objekten künftig haben kann. Die Geburt des Museums als Institution im 19. Jahrhundert fand vor dem Hintergrund rasanter technologischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen statt. Museen versprachen mit ihren Sammlungen in mehrfacher Hinsicht Stabilität. Zum einen, indem sie die Fortschrittserzählung insbesondere des globalen Nordens untermauerten und zum anderen, indem das institutionelle Sammeln eng an die ideale Vollständigkeit, Beherrschbarkeit und Ewigkeit gekoppelt war. Nachdem es zwischenzeitlich immer wieder grundlegende Kritik an diesen Idealen gegeben hat, das gesamte 20. Jahrhundert hindurch, stehen sie in aktuellen Leitfäden für nachhaltige, sprich grüne Museen erneut auf dem Prüfstand. So knüpft beispielsweise der Deutsche Museumsbund in seinem Leitfaden für nachhaltiges Sammeln die Frage des Sammlens eng an das Entsammeln. Der Gedanke eines ewigen Verbleibs der Objekte im Bestand wird dadurch in Frage gestellt. Wenn ich nun also versuche, den Blick in die Zukunft zu richten, in der sich die Weltgemeinschaft eingestehen muss, dass sie der Ungerechtigkeit, Irrationalität und Polarität, die mit dem Klimawandel einhergehen werden, nichts oder zu wenig entgegensetzt, dann frage ich mich, welcher Umgang mit unserem kulturellen und natürlichen Erbe dann relevant und notwendig sein wird. Bieten die strengen Ordnungssysteme und das unbedingte Festhalten am Bestand einen wichtigen Gegensatz zur Unüberschaubarkeit der Welt, ein bisschen wie im 19. Jahrhundert? Oder schätzt man es, die Balance der Bestände stets neu auszutarnieren, um Polaritäten aufzuheben? Im Ringen um Klimakorridore, CO2-Benchmarking und Zertifizierungskriterien werden solche Fragen und Gedankenspiele häufig gar nicht erst aufgeworfen. Und doch erscheinen sie mir im Rahmen einer Debatte, bei der es um das Grüne Museum und die Verantwortung der Kunstgeschichte geht, von zentraler Bedeutung zu sein, weil die Sammlung den Kern und den Ausgangspunkt der Museumsarbeit bildet. Und Sammlungs- bzw. Museumsgeschichte ist schließlich auch ein Feld der kunsthistorischen Forschung, womit sich der Kreis wieder schließt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Nina Schallenberg, für dieses sehr interessante Statement, was auch sicherlich viele Nachfragen provozieren wird. Ich würde dennoch gleich erst mal weitergehen und Miriam Swast kurz vorstellen. Sie studierte Kunstgeschichte in Saarbrücken, Frankfurt am Main und Hamburg. Im Anschluss absolvierte sie ihre Promotion in einem fotohistorischen Thema. Es folgte ein Volontariat bei den staatlichen Museen zu Berlin und seit 2013 ist sie Kuratorin für Fotografie am Museum Ludwig. Seit 2022 mit dem zusätzlichen Schwerpunkt Ökologie. Sie ist Initiatorin des Green Culture Collective Cologne und sie organisierte, die Ausstellung Grüne Moderne, über die sie vielleicht jetzt auch ein wenig berichten wird. Dann vielen Dank, dass du da bist, Miriam. Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich bin gerade noch ganz bei Nina Schallenbergs Worten, die mich berührt haben, schon die Einleitung dieses, dass du sagst, dass du weißt gar nicht oder dass du gerade selbst merkst, dass deine Einstellung sich irgendwo ändert oder dein Nachdenken über die Thematik und da kann ich ganz anschließen. Es ist ein ständiges Weiterwachsen und Neureflektieren und Überarbeiten. Insofern fand ich das ganz schön, dass hier im Titel steht das Grüne Museum, als wäre so klar, was das Grüne Museum eigentlich genau ist. Es klingt immer so sehr nett. Wir haben uns ein Logo auch gegeben im Museum Ludwig. Das Museum wird grüner, sind mit voller Energie seit 2019 da am Werkeln und das finde ich so großartig, Nina, wenn du so über diese Themen wie Entsammeln sprichst, dass ja nur ein Beispiel von mehreren ist in der Museumspraxis, wo man dann schnell merkt, dass man auch ziemlich an Schmerzpunkte rankommt, wo es wirklich unangenehm wird. für die Mitarbeitenden, weil wir irgendwie unsere Erfolgskriterien vielleicht, die bisher gegolten haben, neu überdenken müssen, uns an anderen Institutionen messen müssen. Also das ist so und das ist vielleicht auch nur eben aus dieser Innenperspektive auch, wo wir gerade stehen und was mich gerade beschäftigt. Also der Anfang für mich jetzt im Museum Ludwig und für uns als Team, weil wir waren schnell dann viele, die sich jetzt einsetzen für Nachhaltigkeit, für Ökologie. Am Museum Ludwig war wirklich einerseits Fridays for Future quasi vor der Tür stehen zu haben und andererseits immer noch diesen Begriff des White Cube im Kopf zu haben und zu merken, so white ist dieser Cube aber gar nicht. Weil sobald ich anfange, jetzt aus der Perspektive der Kuratorin gesprochen, die sich tatsächlich viel mit den weißen Wänden beschäftigt hat, aber wenig mit dem, was hinter den weißen Wänden eigentlich alles stattfindet im Museum. Aber sobald man das macht, merkt man eben, dass doch ein enormer Umschlagplatz ist auch für Materialien, angefangen von Holz über vieles andere eben auch. Also dass da dieses Museum atmet und irgendwo ein Organismus ist, in den viel reinkommt und aus dem viel rausgeht, das war so ein Schlüsselmoment zu merken. Wir müssen irgendwas verändern, aber es gibt eben nicht dieses klare oder nach meiner Erfahrung, nicht dieses ganz klare bis ins Detail durchgearbeitete Bild eines grünen Museums, sondern wir befinden uns einfach sehr auch in einer Experimentierphase, auch wenn es bestimmte Zielpunkte gibt, die irgendwo klar sind und immer wieder kommuniziert werden, aber wie kommen wir genau dahin als individuelle Institution mit gewissen Strukturen und einem Bau und im Team und Ressourcen? Das ist so klar nicht. Nichtsdestotrotz halten wir immer noch fest daran, dass wir, wenn wir uns diesen White Cube angucken, unseren Fußabdruck reduzieren möchten, auch wenn da die Erkenntnis zunehmend eingesunken ist, so viel wird das auch nicht ändern, wenn wir unseren Fußabdruck reduzieren im Großen und Ganzen. Nichtsdestotrotz sehe ich das immer noch als eine Voraussetzung, an unserer Glaubhaftigkeit zu arbeiten mit dem, was wir dann thematisch setzen. Also insofern an irgendeinem Punkt müssen wir vormachen, müssen wir Erfahrungen teilen, wollen wir diesen Weg auch mitgehen, um inhaltlich überzeugen zu können. Und ich glaube, das ist tatsächlich die eigentliche Aufgabe des Museums, dann drüber nachzudenken, mit welchen Inhalten wir eigentlich vorgehen wollen. Bevor ich dazu aber komme, war noch der zweite Gedanke, neben dem, wir sind ein Gebäude, das eben nicht hermetisch weiß abgeriegelt ist, sondern atmet. Die Frage, wir sind ein öffentlicher Raum, jetzt als Museum Ludwig mitten in der Innenstadt Kölns gelegen. Was für ein Raum können wir sein? Ist es legitim, Kunst zu kühlen und Menschen nicht zu kühlen, die sich den Eintritt vielleicht gerade nicht leisten können oder wollen? Also was ist auch da eigentlich unsere Verantwortung? Und das ist wahnsinnig spannend, da so mitzuwachsen mit zunehmender Erkenntnis und Einsicht, dass auch ganz neue Aufgaben gefordert sind oder genaues Wissen gefordert ist von Mitarbeitenden im Museum, sich da zu informieren, Verantwortung zu übernehmen und eben genau in die Politik hineinzuwirken, zu schauen, dass man in die Hitzeaktionspläne der Städte aufgenommen wird, dass man Wasser zur Verfügung stellen kann, um nur ganz pragmatische Beispiele zu nennen. Genau, zugleich ist natürlich, und das habe ich eben schon angedeutet, ist die, sehe ich die Hauptaufgabe nach wie vor darin oder zunehmend darin, ein Programm zu machen, das die Themen aufgreift, die da sind oder vielleicht ist Themen das falsche Wort, die Gefühle auch aufgreift, die da sind, von Ängsten über Wut, über Ratlosigkeit, Unsicherheit. Also da Narrative zu finden über das Ausstellungsrahmenprogramm, Vermittlungsprogramm, das Menschen in Kontakt bringt mit Wissen natürlich, aber auch mit Erfahrung und miteinander. Und da war es für mich ganz wesentlich, noch mal anders in die Verantwortung zu kommen als Kuratorin und zu begreifen, was für Ressourcen ich eigentlich zur Hand habe und dass diese Ressourcen nicht nur dafür da sind, eben weiße Wände zu füllen, sondern wenn ich die Ressource Aufmerksamkeit eben habe, Raum, ein Team an Menschen, bestimmte Gelder für jetzt ganz konkret Ausstellungsprojekte, dann die Frage, wie kann ich das verantwortlich nutzen für Ausstellungen, aber auch darüber hinaus. Ein Ausstellungsprojekt, was eben angedeutet wurde, war die grüne Moderne, neue Sicht auf Pflanzen. Vor einem Jahr etwa hat die stattgefunden im Museum, da haben wir uns sehr sichtbar auch versucht, nicht nur über ein Thema, sondern auch über die Machtart mit unserem, mit dem westlichen Denken über das Verhältnis von Mensch und Pflanze konkret auseinanderzusetzen. Das war auf vielen Ebenen sehr spannend. Es war spannend zu sehen, wie ein zusätzlich oder anderes Publikum ins Museum gekommen ist. Menschen, die nicht per se für Kunst kommen, sondern die über diese Thematik kommen. Es war aber auch interessant zu sehen, mit welchen Gefühlen, um den Begriff jetzt hier noch mal einzubringen, wir konfrontiert waren. Also, dass wir jetzt tatsächlich auch eine Expertise durchaus uns anschaffen sollten in gewaltfreier Kommunikation oder Deeskalation, war auch ganz spannend zu erfahren und dann noch mal neu sich die Frage zu stellen, was können wir aushalten und was können wir eigentlich wirklich bieten, um nicht nur aufzuspringen auf irgendwie ein Thema, was gerade zu Recht auch gehypt ist, um es ein bisschen polemisch zu sagen, sondern um wirklich da was bieten zu können, was uns weiterbringt. Mein Gedanke dahingehend als Kuratorin ist im Moment eher subtiler zu arbeiten und keine Ausstellungen zu machen, die mit dem Zeigefinger irgendwie mit dem Erhobenen kommen, sondern zu versuchen, auf anderen Wegen zu sensibilisieren, uns zu sensibilisieren für unser Wirken und unser Verhältnis und unsere Prägung in unserem Verhältnis zur Welt. Ja, vielleicht das an dieser Stelle einleitend mag das erstmal genügen, aber ich freue mich auch auf die weitere Diskussion und vielleicht noch mehr über die Praxis dann auch zu sprechen. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Also man hätte jetzt Lust, sofort in Diskussionen einzusteigen. So schön waren jetzt diese beiden Statements. Aber ich werde jetzt einfach die nächste Benelistin vorstellen, kurz. Ui Luan Tran ist Juniorprofessorin für Kunstgeschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Davor war sie Postdoc-Stipendiatin am ZI und wissenschaftliche Assistenzin an der Universität Bonn. In München wurde sie mit dem Thema Vorbildliches Sterben, der Tod der Kleopatra als bildtheoretisches Motiv in der frühen Neuzeit promoviert, 2020 als Buch erschienen. Sie ist Gründungsmitglied der Arbeitsgruppe Ökologien vor moderner Kunst im Ulmer Verein. Bitte, Luan. Vielen Dank, Mathieu, für die Vorstellung. Ich begrüße auch alle ganz herzlich und bedanke mich für die Einladung. In der Einladung wurde ich gebeten um ein Statement und ich habe gefragt, ob das auch aus dem Bereich meiner Forschung kommen kann. Das heißt, dass mein Beitrag jetzt sehr in die Richtung die Verantwortung der Kunstgeschichte gehen wird und sehr stark von der universitären Forschung her gedacht ist. Und ich hoffe, dass der Vortrag dennoch die Beiträge flankieren und abrunden kann. Ich würde meine Präsentation starten und beginnen. Im Jahre 1989 mahnte Felix Guattari, dass sich das bedrohliche ökologische Ungleichgewicht, das der Planet erfahren hat, nur durch einen Wandel in drei ökologischen Bereichen, Trois Ecologie, auffangen ließe. Eine Revolution, die er einfordert, könne sich nicht nur entlang der großen Kräfte vollziehen, sondern müsse bis in die Mikroebene wirken. 2010, also 20 Jahre später, warfen die HerausgeberInnen des Bandes Klimakulturen den Geistes- und Sozialwissenschaften eine Zukunftsvergessenheit vor. Ein Grund, warum selbst bis dato noch kein Konsens darüber bestand, das angesichts des Klimawandels dringend zu handeln sei. Weitere 14 Jahre später, also heute und im Kreise dieser Veranstaltung, ist es also mehr denn dringlich zu fragen, welchen Beitrag die Kunstgeschichte als universitäres Fach angesichts der ökologischen Krise leisten kann. Und wie sich eine Kunstgeschichte betreiben lässt, die nachhaltig ist. Ich würde diese Fragen ganz gerne jenseits der ganz praktischen und betrieblichen Aspekte anreisen, also jenseits der Fragen, wie an der Universität in Seminarräumen zum Beispiel geheizt und gelüftet werden kann und ob auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen ist, um an Konferenzen zu fahren etc. pp. Ich wollte versuchen, mit dem Vortrag drei Aspekte anzureißen, die angesichts der ökologischen Krise von der Kunstgeschichte aufgegriffen werden können. Ein Knotenpunkt und ein Beispiel, das mir dabei dienlich sein soll, ist dieses Emblem, das ich zeige und das das Motto trägt, as naturam adiobans. Kunst hilft der Natur und das führt mich gleich zum ersten Punkt, Natur und Kunst in der frühen Neuzeit. Hilft die Kunst der Natur? Eine der Ursachen, auf die das bedrohliche ökologische Ungleichgewicht zurückzuführen ist, besteht im Raubbau am Planeten. Die Natur wird als Instanz betrachtet, die von Menschen losgelöst ist und derer man sich bedienen kann, also ein hegemoniales Verhältnis. Als historische Wissenschaft hat die Kunstgeschichte auch die Aufgabe, das Gewordensein von solchen Zuständen zu erarbeiten. In dem Beispiel, das ich hier zeige, gibt das Beispiel Einblick darüber, wie die Natur Mitte des 16. Jahrhunderts, also als das Emblembuch von Andreal Chartow gedruckt wurde, gesehen wurde und wie sich Kunst zu ihr verhält. Merkur sitzt auf einem Kubus. Er herrscht über die Künste und anders als Fortuna sitzt er stabil. Die Natur, die noch im Motto Erwähnung findet, ist in der Subscriptio aber nicht mehr thematisiert. Im Bild sieht man die Effekte der sogenannten Natur, besonders auf der Seite von Fortuna. Ein Schiff ist in den Bogen einer aufgewühlten See zu sehen. Wind und Wetter bestimmen auch Fortuna und das Glück kommt und geht. Kunst aber überwindet Natur anscheinend. Kunst dominiert also die Einflüsse von Natur und es gilt sie zu beherrschen. Das gilt auch für zahlreiche Kunstschaffende der frühen Neuzeit und ist sozusagen eine Maxime. Die Natur ist Maßstab ihres Schaffens und quasi ihre wahre Lehrmeisterin. Wenn man ein perfektes Abbild von der Natur schafft, wird man zum zweiten Schöpfer und Spitze des Künstlerinnen Schaffens hat man erreicht, wenn man Natur schließlich übertrifft. Ob hier nun Wertschätzung liegt oder nicht, die Natur wird in dieser Auffassung zu einer Vergleichsgröße und einem anderen und damit lässt sich fragen, ob hier vielleicht Ursprünge von einem hegemonialen Zugriff auf Natur stecken. Auf der anderen Seite ließe sich natürlich auch fragen, wo in der Kunst der frühen Neuzeit eine Art ökologisches Bewusstsein im Umgang mit Natur zu finden ist oder wie sich sogar eine Art holistisches Naturverständnis finden lässt. Und ich komme zu meinem zweiten Punkt. Ein Moment. Materialtechnik und Arbeitsprozesse. Denn wenn man ein Artefakt auf seine Bestandteile herunterbricht, ist eine Trennung von Kunst und Natur bereits nicht mehr haltbar. Kunstwerke bestehen aus natürlichen Materialien, die endlich sind und Artefakte werden durch einen Arbeitsprozess hervorgebracht. Ihre Produktion wendet Energie auf und lässt Abfälle entstehen. Damit hat die Kunstproduktion selbst einen ökologischen Fußabdruck. Das mag quantitativ natürlich in keinem Verhältnis zur Verbrennung von fossilen Brennstoffen und der CO2-Bilanz von heute stehen, die die ökologische Krise ausmachen und unseren Planeten zum Prolabieren bringt. Doch gerade in der Druckgrafik, also in den Beispielen, die ich hier angeführt habe, kann man die Frage aufwerfen, ob in diesem Medium der Vervielfältigung nicht eine Art proto-industrielles Verfahren zu sehen ist, das schließlich auch Ressourcen verbraucht und Abfallstoffe generiert. Für unser Beispiel bedeutet das, dass ein Holzstock auf Holz angefertigt ist. Das Papier die Grundlage für das Buch bildet, in das gedruckt wurde. Schwärze und Lösungsmittel sind nicht zu vergessen und blicken auf weitere druckgrafische Verfahren kommen Kupfer, Säure und dann auch noch die Materialien hierzu, die die Presse ausmachen. Neben der materiellen Bedingtheit von Kunst und ihrer Produktion, die man in eine Umweltgeschichte einordnen kann, drängt sich im Falle der Druckgrafik zusätzlich die Frage auf, ob man sie als Medium eines Frühkapitalismus sehen kann. Jason W. Moore beschreibt in seinem Aufsatz im Band Image Ecology die Druckgrafik als, Zitat, billiges Bildgebungsverfahren, das den frühen Kapitalismus visuell unterfütterte. Und ich kann an dieser Stelle lediglich die Stichworte Kartografie und Vermessung anführen, bevor ich zu meinem dritten Punkt komme. Non-hierarchische Kunstgeschichte In der Einleitung zu Printmaking and Philosophy of Art gibt Christy Mack Uydir als Grund für eine bisher immer noch randständige Position der Druckgrafik in der kunstwissenschaftlichen Forschung den kommerziellen Charakter des Mediums an. Dies begründe mitunter die untergeordnete Rolle von Druckgrafik. Gleichwohl Faktoren, wie die Reproduktionsgrafik zu einer solchen Unterordnung gegenüber den anderen Gattungen beigetragen haben mögen, so trägt auch die Kunstgeschichtsschreibung ihren Teil dazu bei, wenn Druckgrafik, so auch oftmals in der jüngeren Forschung, von den großen Gattungen her gedacht wird. Damit wird den gänzlich anderen Produktionsbedingungen der arbeitsteiligen Technik aber nicht Rechnung getragen. Vorzeichnen, Übertragen, Formschneiden, Stechen, Radieren, Ätzendrucken sind Schritte eines Arbeitsprozesses, der durch das Abdruckverfahren selbst mit jedem Abdruck auch noch den natürlichen Verfall in sich trägt. Diese Prozesse mithilfe der aus der Ökologie entlehnten Denkformel des Ökosystems zu beschreiben, wirkt meines Erachtens die Möglichkeit, die Technik der Druckgrafik in angemessener Weise zu erforschen und sie lösgelost von den großen Gattungen her zu begreifen. Bereits Andrew Patrizio führt den Material Turn bzw. Material Sensibility und Technical Art History als Ansätze an, die Artefakte nicht nur als Bilder und Motive betrachten. Die Zurückführung von Artefakten auf ihre materielle und technische Bedingtheit ermöglicht eine Herauslösung aus den großen, teilweise beengenden Narrativen der Kunstgeschichte. Und aus der Ökologie inspirierten Methoden und Ansätze können für die kunsthistorische Forschung auch eine Chance sein, die neue Perspektiven öffnet. So kann die Denkformel Ökosystem, die komplexe Zyklen in netzartigen Zusammenhängen beschreibt, in der jedem Glied eine Funktion zukommt, beispielsweise komplexe und vielschädige Arbeitsprozesse beschreiben, wie Sie sie hier abgebildet sehen. Neben der Pflicht und Verantwortung, die die Kunstgeschichte angesichts der ökologischen Krise hat, kann die Einnahme von ökologischen Perspektiven auch Chancen bieten, kunsthistorische Forschung eben non-hierarchisch unabhängig von festgefahrenen Narrativen und damit nachhaltig zu gestalten. Danke. Ja, vielen Dank. Und das zeigt ja auch schon eine ganze Menge von möglichen Denkhorizonten an, die wir sozusagen, die uns auch dieses Thema, was uns jetzt in aller Deutlichheit auch vor Augen geführt wurde, wozu uns dieses Thema vielleicht anregen muss auch oder kann oder darf. Und ich stelle jetzt den letzten Panelisten vor. Christoph Martin Vogt, der ist seit 2019 Generaldirektor der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg und lehrt als Honorarprofessor in der TU Berlin. Davor war er Direktor der Hamburger Kunsthalle und der Wallis Collection in London. Wissenschaftlich hat sich Vogt mit der Geschichte der preußischen Schlösser, der französischen Kunst des 18. Jahrhunderts und der Geschichte des Kunstsammelns im 18. und 19. Jahrhundert befasst. Und ich rede nicht nur in der Vergangenheit, sondern er befasst sich auch weiterhin damit. Das ist, glaube ich, in der Position, die er bekleidet, vielleicht wichtig, das ausdrücklich zu sagen. Vogt, er ist Sprecher der Konferenz nationaler Kultureinrichtungen und Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft deutscher Schlösserverwaltung und dieses Ressort der Residence Royale d'Europe. Damit übergebe ich Ihnen das Wort. Vielen Dank für die Einführung und vielen Dank auch für die Einladung heute. Ich würde, glaube ich, eher am direktesten nochmal anschließen an den ersten Beitrag von Frau Schellenberg. Denn in unserer Einrichtung geht es ganz wesentlich um Fragen von Vermeidung und von Klimaanpassung zur gleichen Zeit. Wir sind tatsächlich genau in diesem Spagat oder in der doppelten Aufgabe. Ich zeige ein Foto hier von unseren Anlagen, um zu illustrieren, dass wir tatsächlich ein großes Ökosystem betreuen. Das ist ein Blick von einer unserer Einrichtung, dem Belvedere auf dem Pfingstberg in Potsdam, nach Berlin und zum Schloss Berg Lienicke, einem Werk von Schinkel. Das meiste Grün, was Sie dazwischen sehen, gehört auch zu unseren Anlagen und die Inhalte und die Sammlungen, die sich in diesen Gebäuden finden, natürlich auch. Bei uns geht es um ungefähr 20, 25 Schlösser, 600 Gebäude, 750 Hektar Parkland und etwa 1000 Menschen, die da arbeiten. Das heißt, wir haben allein durch unsere Größe und durch die Komplexität dieses Systems eine enorme politische Verantwortung im Umgang damit und auch bei der Frage, wie wir dieses System in die Zukunft bringen. Und über zu dieser praktischen politischen Verantwortung wir haben, möchte ich jetzt kurz drei Aspekte anreißen. Es geht bei uns zum einen darum, wie wir einen aktiven Anteil leisten können an der Reduktion des Problems oder der Verringerung der zu erwartenden Schäden und Anpassungsnotwendigkeiten. Und zum Zweiten geht es eben genau um diese Anpassung an die Klimawandelfolgen, die ja auf jeden Fall passieren werden und die für uns tatsächlich überlebenswichtig sind als Einrichtung. Dabei kommt es bei uns auf das Überleben der Kunst und der Denkmälerlandschaft an, die wir betreuen. Es ist aber auch ein ökologisches Überleben in unseren Parks sind weit mehr als ein Drittel aller Arten vertreten, die in Deutschland nachgewiesen sind. Das heißt, es ist tatsächlich auch ein Bereich einer enormen Artenvielfalt, die wir da betreuen. Ich fange mal mit dem an, was man so von Museen vielleicht erst mal erwartet. Wir haben eine letzte Runde von Neubauten. Wir haben uns fest vorgenommen, dass das die letzte Runde bleibt. Es gibt aber ein paar Infrastrukturmaßnahmen, die aus unserer Sicht unbedingt noch angegangen werden müssen. Und wir versuchen, dass diese Gebäude mit einem sehr geringen Abdruck herzustellen. Dieses Skulpturendepot, was zurzeit gerade entsteht und in sechs Monaten eröffnet wird, was Sie hier sehen, ist mehr als energieneutral. Das heißt, es wird tatsächlich auch noch Energie nach außen liefern. Dazu war eine ganze Reihe von Umplanungen nötig. Sie werden sehen, dass da offensichtlich mal Fenster vorgesehen waren in dem Entwurf. Die gibt es nicht mehr. Es gibt es und vor allem hat stattgefunden eine starke Umgruppierung der Bestände, die nicht mehr den kuratorischen Bereichen folgen, sodass Objekte, die klimatisch unproblematisch zusammen sind, um große Bereiche des Gebäudes sozusagen vom Netz nehmen zu können, was tatsächlich passieren wird. Das Zweite ist das Besucherzentrum für Schloss Charlottenburg, was mit einer Kombination aus Verschattung und Lebenarchitektur im Inneren tatsächlich eine hohe Grad von Klimaflexibilität erreichen wird und wir auch hoffen, dass das da so ein wesentlicher Schritt vorwärts sein wird. Das ist aber für uns eigentlich ein Spezialfall dieser Art von Projekten, denn unsere Kernaufgabe ist ja die Denkmalpflegung, also die Erhaltung von historischen Gebäuden und Gärten. Hier ist ein Beispiel aus dem Schlosspark Sanssouci, die Meierei von Persius, die zum Bereich der römischen Bäder gehört. Und ich führe das als ein völlig beliebiges Beispiel an, weil hier in letzter Zeit etwas sehr, sehr Interessantes stattgefunden hat, auch in der Wahrnehmung und auch in der theoretischen denkmalfähige Diskussion und in der Architekturdiskussion. Das, was wir schon sehr lange betreiben, nämlich einen nachhaltigen, pfleglichen, vorsichtigen Umgang mit historischer Bausubstanz und deren Adaption an moderne Nutzung, ist tatsächlich also etwas wie zu einem Leitbild zeitgenössischer Architektur geworden. Das heißt, seit etwa fünf bis zehn Jahren können wir beobachten, dass wir vielfältig um Rat gefragt werden, weil wir eine Expertise in einem Bereich haben, die plötzlich ausgesprochen relevant geworden ist. Das bezieht sich also auf solche Gebäude. Das wird also ein Gebäude, das Wohnungen und ein Café aufnehmen wird und wo der sozusagen der Faktor graue Energie praktisch nah an Null geht bei der ganzen Maßnahme, die wir dort führen. Und das ist im Fall des Schlosses auf der Vaueninsel, was jetzt auch Ende des Jahres fertig wird. Auch eigentlich eine klassisch denkmalpflegerische Aufgabe, aber eben auch eine, bei der ein ganz großer Teil der grauen Energie bewahrt wird, wo die sozusagen die Hinzufügungen minimal sind. In dem Fall auch so wird es ein Gebäude sein, was nicht klimatisiert sein wird, sondern tatsächlich weitestgehend also eine große, breite Klimakurve. Da ist es also ein Bereich geworden, wo unsere Fachrichtung sozusagen plötzlich sehr viel praktisches Wissen liefern kann und auch eine theoretische Auseinandersetzung mit der Frage von Bestand, was das ist, in welcher Form also Authentizität, wie die zugeschrieben wird, wie diese Zuschreibung bewahrt werden oder verändert werden kann, wo das tatsächlich für eine große Diskussion auch in der weiteren Gesellschaft eine große Rolle spielen kann. Das, was uns aber zurzeit am meisten beschäftigt, ist das, was Sie hier sehen. Die Situation in unseren Parks ist dramatisch. Links dieses Schild ist deshalb dort, weil es nicht mehr vorherzusagen ist für unsere Spezialisten und Spezialistinnen, an welcher Stelle wann welcher Ast abbrechen wird in den Parks. Das heißt, es besteht im Prinzip eine durchgehende Gefahr für die Besuchenden, wenn man es ernst nimmt sozusagen. Im Park Sanssouci sind 80 Prozent unserer Bäume geschädigt und krank oder schwer krank, teilweise am Absterben. Das heißt also, wir haben dort einen Zustand erreicht, wo ein Großteil der Bäume nicht mehr die nächsten Jahre überstehen wird. Es gibt verschiedene Vorhersagen, ob das jetzt um zehn Jahre geht, um 20 oder um 25. Aber wir müssen uns klar machen, dass das Weltkulturerbe, was wir betreuen, unser Parks tatsächlich in, ja, also weniger als einer Generation tatsächlich in der derzeitigen Form nicht mehr vorhanden sein wird. Das heißt, wir arbeiten derzeit nicht mehr an der Rettung eines Zustandes, sondern wir arbeiten tatsächlich an der Vorbereitung eines neuen Zustandes, der an veränderte Klimabedingungen angepasst ist und der sozusagen der sozusagen einem, also dem Denkmalwert dieser Anlagen entsprechen wird. Ich zeige noch zwei, drei Beispiele, um das zu zeigen, also welches Ausmaß das erreicht hat hier. Und das sind also relativ typische Ausnahmen auf den großen Potsdamer Parks. Und man kann das hier sehen an so einem Anblick wie aus dem Park Babelsberg. Die Bäume, die Sie dort sehen, müssten komplett den Himmel verdecken, wenn die noch gesund wären. Also, dass man dort den ganzen zentralen Bereich überall den Himmel durchsieht, ist ein Zeichen dafür, dass die eben nicht mehr sehr lange leben werden. Und wir haben also ein Park Sanssouci, ungefähr 300 Baumfällungen im Jahr. Das waren früher so um die 50 und die Zahl ist steigend. Das heißt also, der Altbaumbestand wird tatsächlich in relativ kurzer Zeit verschwinden. Diese Transformation ist unsere große Aufgabe. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe, in der wir in unserer Art von Institutionen sozusagen von der nächsten Generation gemessen werden werden. Und es gibt da zwei sozusagen große Bereiche, in denen wir da tätig werden müssen. Das eine ist die Forschung. Wir sind tatsächlich Mitglied zahlreicher Forschungsverbünder, auch mit eben gerade auch im naturwissenschaftlichen Bereich und im Denkmalpflegebereich, die sich eben um zukünftige Strategien für die historischen Parks kümmert. Wir sind dabei, die Infrastruktur unserer Parks umzustellen. Was Sie dort sehen, ist der zukünftige Standort einer dezentralen Baumschule. Das sind extrem wichtige Bausteine für eine Zukunft der Parks. Das wäre eigentlich ein eigener Vortrag, warum das so ist. Ich behaupte das jetzt einfach mal, dass das ein besonders wichtiger Teil ist. Und das andere, das eröffnet bei uns diese Woche am Freitag, ist die Kommunikation dieser Fragestellung und die sozusagen die Anregung einer öffentlichen Diskussion dazu. Wir haben also jetzt eine dezentrale Ausstellung im Park Saussussi eingerichtet, die an 35 Stationen im Park verteilt, den Stand der Dinge, den Stand des Problems und die Lösungsansätze präsentiert, um eben diese Diskussion auch im größeren Rahmen zu führen. Ja, vielen Dank. Ja, danke bis hierhin. Gibt es jetzt schon Fragen aus dem Publikum? Wir würden tatsächlich, also vielen, vielen Dank, wir würden tatsächlich schon öffnen, wenn es Fragen gibt. Wie gesagt, mit der Erinnerung, dass es aufgezeichnet wird, die Diskussion. Ansonsten gibt es sicherlich auch eine jede Menge andere Fragen, Überlegungen und Anknüpfungspunkte unter den, unseren Panelistinnen. Genau. Ja, grundsätzlich auch von mir. Vielen, vielen Dank. Ich frage mich gerade, wie wir in diesem Zustand der Krise, die augenscheinlich wenig Optimismus zulässt, dennoch Handlungsoptionen für die Zukunft entfalten können. Ich denke, das ist eine ganz große Frage und es wurde ja auch schon aufgezeigt, wohin es geht. Also in den Museen, Klimafolgenanpassung war das Stichwort. Ich fände es jetzt auch ganz schön, solange es eben noch keine Fragen aus dem Publikum gibt. Vielleicht möchten Sie nochmal aufeinander reagieren. Und was mich auch sehr interessieren würde, wo sehen Sie zum Beispiel, oder das spricht jetzt die Panelistin aus den Kunstinstitutionen an, wo sehen Sie zum Beispiel auch die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit dem universitären Fachkunstgeschichte? Also wo können da noch stärkere Synergien entstehen, die eben auch auf eine gemeinsame Bearbeitung dieser Situation hinzeigen können? Ja, Nina Schallenberg. Also ich glaube, dass, oder mir würde es helfen an der Kunstinstitution, wenn unser Handeln im universitären Raum eine Reflexion erhält, also wenn quasi Institutionskritik universitär begleitet wird. Und mit Kritik meine ich jetzt einen weiten Kritikbegriff. Ich meine jetzt nicht das Zerpflücken von Institutionen, sondern ich meine wirklich eine kritische Begleitung dessen, was wir an den Institutionen tun. Weil manchmal frage ich mich, ob wir nicht manchmal auch die Gefahr besteht, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten, wenn wir alles versuchen, grundlegend neu zu denken und so eine Begleitung. Also ich habe so in der Vorbereitung auch so ein bisschen geguckt, was es gibt, nochmal auch in den letzten Jahren, was so erschienen ist zum Thema Institutionsgeschichte, Museumsgeschichte in Bezug auf Fragen wie, ja nach welchen Kriterien wurde früher eigentlich gesammelt? Welche Stichworte, welche Schlagworte gibt es da? Und es gibt natürlich viele Publikationen dazu, aber ich glaube, da ist noch Luft nach, also Forschungsluft nach oben. Ja, das geht ja vielleicht auch in eine Richtung, dass eben, ich meine, das haben Sie ja angedeutet in Ihrem Impuls, dass wir das, was Museum ist und ausmacht, also die Ordnung des Museums, das Bewahren, dass wir eigentlich so an die Substanz des Museums erstmal herangehen müssen und dass auch genau diese Kriterien auch einer Transformation unterziehen müssen. Also ich denke, es muss tatsächlich so mein Eindruck viel ganzheitlicher gedacht werden, nicht nur, wie werden wir klimaneutral, sondern was bedeutet es, ein Museum zu sein in einer Zeit ökologischer Krisen? Und da ist eben die Frage, wie kann das angestellt werden, gerade weil irgendwann wurde ja auch erwähnt, die Erwartungen des Publikums, ich glaube, Miriam, du warst es, und auch die Enttäuschungen, die vielleicht verbunden sind, eine Ausstellung zu sehen, die sehr wenig Originale zeigt, ja, sondern auch sehr viel Reproduktion. Und ich denke, das ist eben auch eine sehr große Herausforderung mitzunehmen, aber auch die Augen nicht zu verschließen vor dem, was überhaupt noch möglich sein wird und sein kann. Gibt es noch weitere sozusagen Reaktionen aufeinander oder würden wir die noch, ja, Regina Schallenberg? Ja, ich hatte eine Frage an Herrn Vogt, ja, und zwar, also die wollte ich eigentlich schon immer mal stellen. Und zwar, ja, und zwar, als jetzt im Zuge der Energiekrise die große Diskussion stattfand zur Erwaltung der Klimakorridore, vor allen Dingen für die Museen, dachte ich mir auch, Mensch, Sie in Ihren Schlössern mit Nicht-Klimatisierung haben da ja unfassbar viel Erfahrung, was denn eigentlich die Kunstwerke, die Gemälde, die Skulpturen, die gefassten Objekte, die nicht gefassten Objekte, also wie die eigentlich diese Klimaschwankungen aushalten, denen die da über das Jahr wirklich ausgesetzt sind. Und ich würde gerne wissen, weil ich es einfach nicht weiß, inwieweit eigentlich ein Austausch stattfindet auf einer restauratorischen Ebene zum Beispiel, zwischen diesen verschiedenen Welten. Ich habe irgendwie immer den Eindruck, so die vollklimatisierten Museen fahren so ihre Schiene und sie die ihrige. Aber eigentlich wäre ja das total wichtig, dass dieser Austausch, der vielleicht auch stattfindet, und ich weiß es nur nicht, das kann jetzt auch sehr gut sein. Ja, also welche Perspektive haben Sie auf diese ganze Klimakorridor-Diskussion? Also wir sind ja sozusagen ein wandelndes Beispiel dafür, dass sehr weite Klimakorridore durchaus gut gehen. Das heißt ja nicht eine komplette Freigabe, das heißt nur ein Monitoring auf einer anderen Ebene sozusagen oder unter anderen Parametern. Das ist trotzdem sehr viel Arbeit, aber es ist sehr viel weniger Energie, die da hineingeht. Und wir haben in den letzten zwei, drei Jahren festgestellt, dass sehr viel mehr Kollegen, Kolleginnen zu uns kommen und fragen und gucken. Und es gibt ja auch einen sehr lebhaften Austausch, der ja auch aus der klassischen Museumsszene kommt, also ums Radgen-Forschungslabor herum zum Beispiel mit dem Simon. Das sind ja Sachen, wo wir sozusagen immer als lebendes Beispiel dienen können, dass das geht, was da gefordert wird und auch von vielen Kolleginnen und Kollegen auch schon umgesetzt wird an verschiedenen Orten. Also da ist, glaube ich, was, wo wir genau wie bei diesen Fragen der Bewahrung von grauer Energie, wo wir, glaube ich, durch einfach lange Erfahrung jetzt auch was beitragen können, zu Diskussionen, die jetzt so eine neue, sagen wir, neue Dringlichkeit erhalten. Auf die, vielleicht auf die andere Frage noch zu reagieren von der universitären Kunstgeschichte, die, also der Austausch mit der universitären Denkmalpflege und Denkmalpflegetheorie ist sehr eng. In den anderen Bereichen ist es, glaube ich, eher der Austausch mit naturwissenschaftlichen Fächern von der universitären Kunstgeschichte für uns tatsächlich gelegentlich etwas alleine gelassen, da man merkt, dass einerseits eine Theoretisierung sehr, sehr weit fortschreitet, die ja auch hilfreich sein kann als Orientierung, aber andererseits eben Kriterien angewandt werden. Also ich meine, man hat immer noch die klassische Rezension, folgende fünf Sachen sind nicht herangeschippert worden und das war nicht da und hier haben wir nicht, die sozusagen und es finden nach wie vor sehr viele Reaktionen statt, die sozusagen diese Kriterien überhaupt gar nicht anwenden, also auf welche Weise auch immer, aber wo das nach wie vor als eine separate Welt gesehen wird. Also das ist noch sehr zu spüren. Ja, ich kann das auch nur bestätigen. Also wir beschäftigen uns ja mit Wand- und Deckmalerei und das, was ich so höre, ist, dass wenn die komplett isoliert sind, diese Gebäude, in denen die Wand- und Deckmalerei ist, dann behält die sich viel schlechter, als wenn die nicht isoliert sind. Also eben dadurch, dass das Klima sich verändern kann, ist anscheinend, also habe ich auch gelernt, die Erhaltung dieser Wand- und Deckmalerei viel mehr gewährleistet. We learn Tran. Du hattest eine Frage, glaube ich, oder eine Anmerkung. Ja, genau. Entschuldigung, ich habe den Knopf nicht gefunden. Das sollte noch anknüpfen an den Kommentar von Nina Schallenberg zum Sammlungsgeschichten und in der Vorbereitung von meinem Vortrag, wo ich besucht habe, Kunstproduktion, auch hinsichtlich von Aspekten proto-industrieller Produktion zu verorten, kam ja auch der Gedanke, dass Kunstgenuss und Sammeln ja auch vor Formen von einem sehr konsumistischen Verhalten sind. Und es sind, glaube ich, Aspekte, die beim Sammeln und der Sammlungsgeschichte tatsächlich auch, wie Nina Schallenbergs gesagt habe, bisher wenig beleuchtet wurden. Also wäre in der Hinsicht sicherlich was zu tun, was aber dann wiederum auch, was Puccio Dugamachi gesagt hatte, eine starke Demotivation hervorrufen würde. Und ich habe mich in dem Zusammenhang dann nochmal an den Kommentar von, oder den Impuls von Miram Swast erinnert, die auf subtile Arten des Sensibilisierens inzwischen zurückgreift. Ich frage mich, inwiefern es denn jetzt an den Kunstinstitutionen Möglichkeiten gibt, zu informieren, ob welche Weisen des Informierens da zurückgegriffen wird und ob es zum Beispiel auch konkrete Marke an bestimmten Punkten im Museum gibt, die verdeutlichen, wie viel Energie bestimmte Ausstellungsmuster aufbringen, was denn jetzt zum Beispiel das Verwahren von dem Kunstobjekt XY aufwendet? Gibt es da inzwischen schon gängige Arten und Weisen darüber aufzuklären und das im Museum auch zu tun? Ja, bitte gleich antworten. Super, Miram Swast. Also ich glaube, das ist ein Traum. Also wir haben in unserer Ausstellung Grüne Moderne tatsächlich so ein paar Punkte nur genannt, um darauf aufmerksam zu machen, wo wir jetzt drauf geachtet haben, wo wir was verändert haben. Aber wenn wir jetzt wirklich an die entscheidenden Sachen rangehen, dann ist immer noch so eine Herausforderung für viele Institutionen natürlich überhaupt erst mal zu messen und zu definieren oder zu erkennen, wo sind die großen, die wesentlichen Faktoren, die den Fußabdruck so groß gestalten und wie sind die konkreten Zahlen? Also es wäre großartig, wenn wir die alle schon zur Hand hätten und dann öffentliche irgendwie so ein Monitoring machen könnten. Also davon träume ich gelegentlich. Aber ich glaube, dass wir sind immer noch in dem Stadium, so erlebe ich das jedenfalls, dass wir ganz aufgeregt sind, wenn wir überhaupt eine Klimabilanz haben, beziehungsweise vielleicht schon zwei, aber dass da noch gar nicht so richtig viele Daten vorliegen. Das heißt, es ist immer noch so schöne Sätze finden und Maßnahmen beschreiben, von denen wir aber nicht wissen, wie weit das in den Zahlen sich wirklich niederschlägt und relevant ist. Nina Schallenberg? Mich würde interessieren, welche Hoffnung damit verbunden wäre, also mit dieser Information. Ja, also was quasi angeklagt wird, ist, also oder was ich merke ist, dass angeklagt wird, dass seitens der Geistes- und Sozialwissenschaften eine Art Passivität und Vergessenheit vorgeworfen wird. Und was ich mich frage, ist, welche Arten des Informierens man leisten kann und wie Narrative gestaltet werden können, die das Publikum überzeugen und dann wiederum auch Bewusstsein generieren. Und da bin ich gefragt, ob eben das Museum da genau gerade Strategien hat, die in diese Richtung von Narrativen und Informieren für Bewusstseinsgenerierung gehen würden. Also das war so der Hintergedanke. Ich frage mich wirklich, also Teil meines Beitrags war das auch eigentlich, ich frage mich wirklich, ob das die Aufgabe eines Museums ist. Also es ist wirklich eine ernsthafte Frage. Also nur weil wir eine öffentliche Einrichtung sind, sind wir dafür verantwortlich, diese Art von Bewusstseinsbildung zu schaffen, die im Grunde schon seit den 70er Jahren im Bewusstsein der Menschen hätte sein müssen. Also das ist jetzt 50 Jahre. Da ist ja nicht wirklich viel passiert. Also nicht wirklich. An Bewusstseinsschaffung in einer Breite, die ein, also zumindest in jetzt der westlichen Welt oder dem globalen Norden irgendwie eine Verhaltensänderung bewirkt hätte, die auch nur im Ansatz dazu führt, dass diese Klimaziele nicht gerissen werden. Also ich frage mich wirklich, ob wir, ob es nicht vergebene Liebesmühe eigentlich ist und wir uns auf ganz andere Sachen konzentrieren sollten. Also wie zum Beispiel das, was sie in Potsdam machen. Also ich halte das inzwischen tatsächlich für weitaus zielführende, von diesen Anpassungen zu sprechen und sich zu überlegen, okay, wir haben hier den Bestand, den möchten wir bewahren, weil das ist unser kulturelles Erbe, in dem Fall auch mal verknüpft mit einem natürlichen Erbe. Und dass man dann natürlich bei den Häusern, also ich denke jetzt zum Beispiel an Gegenwartskunstmuseen, also die haben ja dann noch keinen Bestand, sondern sammeln auch einen künftigen Bestand. Da muss man richtig grundlegend auch in die Konzepte des Sammelns hineingucken. Also das ist, also ich glaube, und das kann man dann natürlich auch kommunizieren, also wenn man das so richtig grundlegend auf den Prüfstand stellt. Man kann dann ja meinetwegen auch da hinkommen oder vielleicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht, dass man es genauso macht wie bisher, nur kann man es dann auch wahrscheinlich besser begründen. Was ich in meinem Beitrag eben irgendwie nicht einbauen konnte, waren so ein paar Zahlen auch, der Erhebung des Deutschen Museumsbundes von 2000, äh Quatsch, des Instituts für Museumsforschung von 2019. Die haben so eine Befragung gemacht, die machen jedes Jahr eine Befragung der Museen in Deutschland, vor allen Dingen zu ihren Ausstellungen. Aber 2019 haben sie auch einen Fragebogen gemacht zum Thema des Sammelns. Da kam zum Beispiel raus, dass ungefähr nur 53 Prozent der Museen, die überhaupt diesen Fragebogen beantwortet haben, über ein Sammlungskonzept verfügen. Und das auch nicht immer verschriftlich. Alle anderen nicht. Es kam zum Beispiel raus, dass von den Museen, die geantwortet haben, wiederum ungefähr ein Drittel, etwas mehr als ein Drittel, gar nicht alle Objekte inventarisiert haben. Heißt, das sind alles Objekte, die werden zum Beispiel dann auch gar nicht ausgestellt. Das waren alle Museumssparten, muss man dazu sagen. Das waren jetzt nicht nur Kunstmuseen. Und ich finde, das ist so eine Auseinandersetzung mit der Grundlagenarbeit eines Museums, dass in diese Diskussion der Nachhaltigkeit absolut gehört. Und das aber, die aber, für die oft dann, wenn man über so Sachen nachdenkt, wie Klimabilanzierung oder es versucht zu machen, die Klimabilanzierung oder auch der Kommunikation, das ist das, was die eben angesprochen haben, dann hat man für das andere nicht unbedingt Zeit. Also das ist ja auch eine Kapazitätenfrage. Und das... Ja, das scheint ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben auch mit vielen kleinen Häusern oder von ein paar eingetragenen Objekten zu tun. Und die haben natürlich überhaupt keine Kapazität für gar nichts. Das heißt, man muss auch natürlich die ganzen unterschiedlichen, also Museum, wir haben jetzt Museum gesprochen, aber man müsste nochmal gucken, was machen die ganz, ganz kleinen Museen. Bevor ich jetzt Herrn Vogt das Wort erteile, mir scheint also auch, was ja wichtig, ein Punkt natürlich von der jetzt durch die ganze Diskussion schon ging, war die Frage, ist es eine zusätzliche Aufgabe eigentlich, das worüber wir diskutieren, oder ist es eigentlich ein Zurückwerfen auf die grundlegenden Aufgaben von Museum? Das scheint mir so ein bisschen in die Richtung zu gehen, Ihr Votum, Frau Schallenberg. Ich würde jetzt kurz noch eine Frage aus dem Chat einflechten und auch dazu nochmal ganz offensiv auch einladen, bitte noch weitere Fragen zu stellen, weil wir würden natürlich gern auch ein größeres Gespräch, das Gespräch erweitern sozusagen. Ich habe jetzt hier erstmal eine Frage aus dem Chat an Herr Vogt her. Ich zitiere, mich würde im Bereich Schlösser und Gärten interessieren, inwiefern der Auftrag der Bewahrung und die Notwendigkeit, historische Authentizität beizubehalten, zusammengebracht wird, mit den Bedürfnissen einer, in Anführungsstrichen, Neubepflanzung der Gärten. Vielen Dank. Das war eine Frage aus dem Chat. Gut, ich antworte kurz darauf und dann habe ich noch eine kurze Reaktion auf Frau Schallenberg. Also es ist so, dass die Denkmalpflegetheorie, auch die Theorie der Authentizität in der Denkmalpflege für Gartendenkmäler sehr anders ist als für Baudenkmäler, weil Gärten ja einem natürlichen Zyklus unterworfen sind. Das heißt, es wird bei Gärten nicht als vorausgesetzt, als sozusagen ein Kriterium der Authentizität, dass die Bäume, die aus der Entwurfszeit sind. Wenn man mal annehme, es gäbe eine Entwurfszeit und dann wäre das sozusagen das Weiterleben. In einem, wo muss ich sagen, also in einem bis von nicht allzu langer Zeit normalen Zustand. Es ist allerdings so, dass in einem Garten sehr verschiedene Zyklen nebeneinander existieren. Also im Blumenpaterre von Sanssouci werden die Pflanzen dreimal jährlich ausgetauscht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, bestimmte Bäume stehen dort 300 Jahre. Und keiner von denen steht länger oder ewig oder so, aber es gibt so unterschiedliche Zyklen. Was wir im Moment beobachten, und das heißt, das Nachpflanzen innerhalb dieser Zyklen und das Nachschöpfen dieser Raumvorstellungen, die ja, also Gartenkunst ist ja Raumkunst dann zu einem ganz wesentlichen Teil, ist ein normales Handwerkszeug einer Gartendenkmalpflege. Was wir im Moment allerdings erleben, ist so eine Art Car-Crash, dass sozusagen diese gesamten Zyklen zusammenfallen, also beginnen zusammenzufallen. Dass wir das, was sonst über Jahrzehnte passieren würde, als sozusagen ein routinierter Vorgang, tatsächlich sich auf wenige Jahre oder Jahrzehnte, das wissen wir noch nicht genau, zusammenbalten. Und dadurch haben wir einen Moment, wo wir sozusagen nicht ergänzend eingreifen und durch die weitere Pflege fortsetzen, sondern wo das Ganze tatsächlich in Bereichen, also dass das an so etwas wie einer Neuanlage grenzen kann. Wir wissen aber eben noch nicht genau, wie schnell das geht. Ist das sozusagen eine Beschleunigung der Zyklen oder ist das tatsächlich so etwas wie ein Zusammenpressen der Zyklen? Das werden wir in den nächsten Jahren erfahren müssen. Auf die rhetorische Frage von Frau Schallenberg, der ich in keinem Punkt widerspreche, müssen wir das tun als Museen? Ich glaube, aus zwei Gründen ja. Der eine Grund ist, wir müssen unseren Beitrag leisten, glaube ich. Natürlich ist es nicht die Aufgabe der Museen, also Punkt, das ist zu ändern, aber wir sind auch gefragt. Und ich glaube, wir können deshalb einen besonders produktiven Beitrag leisten, weil es ja immer wieder festgestellt worden ist in Umfragen, dass Museen zu den Institutionen gehören, denen am meisten Vertrauen entgegengebracht wird. Das ist ganz, ganz herausragend. Also sozusagen die Vertrauensquote, die Museen genießen, die gelten als Orte sozusagen von etwas gesichertem, vertretbaren, bewiesenen, nachgewiesenen. Das heißt, wenn wir da unsere Stimme erheben, hat das ein anderes Gewicht, als wenn das viele andere tun. Das sollten wir unbedingt nutzen. Und das Zweite ist eben, dass das unsere eigene Situation auch ganz dramatisch ändert. Also bei uns, habe ich es ja gesagt, da sind sozusagen die Parks das Sichtbarste, aber auch jetzt, was nicht, Ausstellungsgestaltung, die Frage, was man wo ausstellen kann, wie auch immer, das trifft alle. Und ich glaube, es ist auch unsere Pflicht, darüber zu informieren, was da passiert und warum sich das, was die Besuchenden erleben können, ändert. Also auch aus dieser Sicht ist das, glaube ich, ein Thema, was immer wieder bei uns kommen sollte. Ja, jetzt würde ich, bevor ich, da gab es noch eine Wortmeldung, aber ich würde noch eine weitere Wortmeldung aus dem Chat kurz vorlesen von Corinna Höngesberg. Ein Auftrag von Kunstmuseen, laut ICOM, ist das Sammeln von Kunst. Wäre es nicht notwendig, neue Formen für institutionelles Sammeln zu definieren, zu verabreden, gemeinsamer Besitz, gemeinsame Nutzung, gemeinsame Verantwortung? Oder muss darüber nachgedacht werden, das Sammeln einzustellen? Ich glaube, dazu hatte Frau Schallenberg auch schon, also unter dem Stichpunkt entsammeln. Ich weiß nicht, ob jemand dazu antworten möchte. Frau Schallenberg, Sie oder? Müssen Sie auch gar nicht. Also ich habe mir diese Frage durchaus auch gestellt, also auch in der Visionierung dessen, wo wir in 50 oder in 100 Jahren eventuell stehen, also als Gesellschaft, aber auch als Institution in dieser Gesellschaft. und ich bin tatsächlich auch sehr leidenschaftlich Museumsmensch und im Moment verantworte ich keinen Sammlungsbereich, habe das aber sieben Jahre mit Leidenschaft getan und glaube, dass diese Sammlungen für unsere Gesellschaften wirklich sehr wichtig sind. Und es ist auch wichtig, dass sie nicht so fluide sind, wie sie wären, wenn sie ein totaler Spiegel unserer Gesellschaft wären, sondern ich glaube, dass in ihnen eine Widersprüchlichkeit auch existieren muss, die einfach auch die Widersprüchlichkeit in unserer Gesellschaft spiegelt. Das ist ganz wichtig. Deswegen ja, wir sollten immer weiter sammeln, aber wir sollten vielleicht unsere Kriterien, wie wir sammeln, nicht mit einem halben Bein im 19. Jahrhundert stehen lassen, teilweise, sondern eben an die jetzige und auch vor allen Dingen die zukünftige Situation anpassen. Und was das genau heißt, ist genau das, wo ich das ganz toll fände, wenn zum Beispiel ein Fach namens Museumsgeschichte diese Reflexion auch flankiert. Das meinte ich eben. Also das würde ich mir so an Forschung, an Institutionsforschung wünschen. Und dieses mit dem, was Sie angesprochen haben in dem Chat, mit dem gemeinschaftlichen Sammeln, solche Konzepte gibt es ja bereits. Also es gibt Häuser, die teilen sich Sammlungsbestände. Aus ökologischer Perspektive ist das jetzt nicht zwingend besser, weil da sind natürlich dann auch Transporte mit verknüpft und so weiter. Aber natürlich kann man sich dann auch Ressourcen und seien es die humanen Ressourcen, also RestauratorInnen und so weiter teilen. Ich weiß nicht, Miriam, ob du da irgendwie andere Erfahrungsberichte oder so hast. Also so richtig begeistert sind die Institutionen, die ich kenne, die in diesen solchen Konstellationen sind, eigentlich eher nicht. Aber wer weiß. Also ja, es ist eine Option. Wir merken zunehmend auch, weil die Zeit, also wir haben noch ein bisschen Zeit, aber nicht unendlich viel. Ich glaube, wir merken zunehmend, dass natürlich dieses Gespräch, also dass es dringend fortgesetzt werden müsste, also dass man merkt, dass das, da sind viele Punkte und wir haben ja zum Glück noch einige Sitzungen. Deswegen übergebe ich jetzt gleich mal an Ursula Ströbele, die eine zukünftige Sitzung ja auch veranstalten wird. Ich gehe mal kurz weiter an meine Kollegin. Guten Abend. Ja, vielen Dank für die sehr interessanten Denkanstöße. Und ich habe mich eine Frage gestellt. Wir haben ja viel auch jetzt über Museumsbesuchende, also auch außerhalb des Fachpublikums gesprochen, sprich TouristInnen oder vielleicht auch Menschen, die ganz zufällig mal hereinschneien. Und ich frage mich, wie könnten wir da vielleicht das ganze Thema, so drängend es ist, wirklich auch kommunizieren? Wie können wir denn am Prozess teilnehmen, außerhalb der Bubble dieses Fachpublikums, also praktisch außerhalb unseres vielleicht jetzt ja sehr intimen Kreises und den Menschen auch die Möglichkeit geben, sie mitzunehmen, ohne dass sie vielleicht in so gewisse Stammtischparolen verfallen. Ich merke das ganz oft, dass dann häufig gesprochen wird, na ja, dann wird wieder der Zeigefinger erhoben und letztendlich wollen wir nur verbieten und was auch immer. Und da würde mich wirklich interessieren, was wären so Ihre Wünsche oder wo sagen Sie, das wäre eine Idealvorstellung, wie das Ganze vielleicht kommuniziert werden könnte? Vielen Dank. Dazu hatte Miriam Zwast ja auch was gesagt. Ich erinnere mich, ich habe mir das hier aufgeschrieben, also Gefühle, ja, dieser wichtige Punkt Gefühle und ja, Deeskalationstraining, das waren auch wichtige Fragen. Ich weiß nicht, aber Sie müssen natürlich gar nicht antworten, vielleicht will auch jemand anders antworten, aber wenn Sie wollen. Ja, gerne. Ich denke gerade noch so ein bisschen drüber nach, auch die Frage nochmal ganz klar zu verstehen. Also Kommunikation von Klima, also Wissen und Fakten, das ist die Frage, wie wir die... Können Sie uns hören? Wir sind gerade ganz kurz abgeschmiert hier im Seminar. Ja, die Frage war, ich habe mir wirklich die Menschen vorgestellt, die jetzt nicht so im Bilde sind, dass praktisch jetzt viele Ausstellungen jetzt in diese Richtung gehen, sondern wirklich die Menschen, die sagen, hey, ich fahre jetzt nach Rom, weil ich gehe jetzt in die Vatikanischen Museen, weil da gehen alle hin oder ich gehe in den Louvre, weil das ist ein Statement und das ist super. Also diese Situation, wie bekommen wir die Menschen vielleicht mit informiert, die eben nicht unbedingt sich vorher da viele Gedanken machen, dass sie jetzt einen gewissen CO2-Fußabdruck hinterlassen. Genau, das mit dem... Ich war auch in der Ausstellung Grüne Modern, ich fand das auch sehr... Und hatte aber gleichzeitig das Gefühl vielleicht, dass es auch wieder sehr fachspezifisch an einigen Punkten war, was ich auch total nachvollziehen kann. Das war nur so ein bisschen diese Frage, die ich mir immer stelle. Wie kann ich das vielleicht zum Beispiel kommunizieren? Da hat sich Herr Vogt her gemeldet. Es sei denn, Frau Quatsch, Sie würden dann... Also eigentlich arbeiten Museen heute von einer anderen Grundannahme aus. Wir arbeiten nicht primär für ein Fachpublikum, das muss man unterstreichen. Das heißt also, unsere Aufgabe ist grundsätzlich eigentlich, Diskurs- und Austauschformen zu finden, die tatsächlich für die Menschen, die uns besuchen, relevant sind. Und die Antwort auf viele dieser Fragen ist tatsächlich ein partizipatives Vorgehen, was ja eigentlich so eine der großen Wänden in der Museumsarbeit ist. Also das Problem entsteht ja dann, wenn man eine feste Botschaft hat und die unbedingt an den Mann und die Frau und alle anderen bringen will. Sondern es geht ja tatsächlich darum, diese Fragen auch gemeinsam zu entwickeln. Und in dem Augenblick kriegen die auch eine andere Akzeptanz. Das ist allerdings, und deshalb passiert es nicht ständig, extrem arbeitsaufwendig. Da kommt wieder die Ressourcenfrage rein. Denn also gute partizipative Prozesse zu begleiten, ist nur unter wirklich enormen Anstrengungen möglich in den meisten Häusern. Und deshalb bleibt es eben auch immer noch bei der Katheterperspektive. Aber eigentlich, also sozusagen, wir wissen alle, dass wir darüber hinaus sein sollten, sagen wir es mal so. Ja, Miriam Zwast, Sie können. Genau, also ich denke dann immer wieder an diesen Satz von Nicole Zepter, eine Ausstellung muss nicht aussehen wie eine Ausstellung. Und das ist so was, was mich immer wieder beschäftigt. Wofür nutze ich diesen Raum? Also was ich meinte mit den Ressourcen, die wir haben in einer Ausstellung, und wofür nutze ich den? Und jetzt aktuell in der Ausstellung versuchen wir, den Raum nicht zu vollzustellen, sondern auch tatsächlich aktiv zu nutzen für ganz unterschiedliche Formen von Interaktion oder gemeinsamen Lernen in der Ausstellung, um so ein bisschen durchzuspielen, was funktioniert. Also das reicht tatsächlich von gemeinsamen Job in Meditationen, überzeichnen, aber auch zu Klima-Workshops mit dem Wuppertal-Institut. Und da sind so ganz viele Ebenen, wo wir versuchen, diesen Raum und diese Ressourcen des Museums so einzusetzen, dass wir tatsächlich diese Learning Community irgendwie aktivieren und uns eben nicht darstellen als diejenigen, die das wissen oder die belehren wollen. Ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass wir diesen Weg auch selbst gehen, also dass wir Erfahrungen teilen können mit anderen, aber nicht im Sinne von, wir wissen jetzt, wie es geht, sondern wir wissen, wie schwer es auch ist und wie sehr es wehtun kann und wie sehr es uns an die Substanz geht oder aber eben auch Freude bringen kann. Also da diese Erfahrung auch zu teilen, das wäre vielleicht meine Antwort nach dem jetzigen Stand so auf diese Frage. Im Chat, vielen Dank, hat Felix Kotzur sich gemeldet und würde gern zu der Frage der Kommunikation beitragen. Ja, bitte. Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, man hört mich, wenn du gerne mal einen Daumen hattest. Okay, super. Ich darf mich kurz vorstellen, Felix Kotzur, ich arbeite für die Stiftung Fluss-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz. Herr Pugter wird das was sagen, weil wir haben gerade eine Kooperation. Also Branitz ist ein Stadtteil von Cottbus und liegt im Süden Brandenburgs und wir sind bekannt auch für unseren historischen Garten, den es Fluss-Pückler im 19. Jahrhundert geschaffen hat. Und was die Kommunikation betrifft, so bin ich ein großer Freund in den letzten Jahren geboren von Interventionen. Also Leute auf dem, quasi auf dem falschen Fuß erwischen, sie erwarten eine Ausstellung, die vielleicht in eine Richtung geht, ja, weiß ich nicht, also eine rein kunsthistorische und dann mittendrin tauchen dann auf einmal Fakten auf, die sich um den Museumsbetrieb Nachhaltigkeit darin drehen. Oder, und das ist eigentlich noch der viel wichtigere Punkt, wie ich finde, dass wir uns nicht oft in den Räumen verharren sollten, die uns unser Museumsgebäude gibt, sondern wirklich rausgehen, rausgehen in die Kontexte des Alltags und uns da breit machen und, ja, vermitteln. Das kann man natürlich jetzt sagen, nur den Schulen überlassen oder auch anderen informellen Bildungsträgern. Aber ich finde, das Museum hat allem Recht, vor allem, weil es die Sprenge, oder eine enge Verbindung zu den Kommunen gibt meistens, mit denen man angesiedelt ist, dass man das unbedingt nutzen sollte, weil das haben wir hier auch im Branditzer Park gemerkt, wir machen jetzt zum vierten Mal in Folge eine Open-Air-Ausstellung, eben zum Thema Klimawandel auch. Wir sind ja im Historischen Garten im Klimawandel mit der SPSG und Herrn Vogt her auch jetzt verbunden quasi. Branditz agiert auch mit einer neuen Baumuniversität, um diesem Klimawandel zu begegnen. Und mit dieser Open-Air-Ausstellung erreicht man einfach Leute beim Spazierengehen. Das ist snackable Content, wenn man das vielleicht aus dem Social-Media-Bereich übersetzt oder entnimmt. Und ich glaube, das sind kleine und wichtige Schritte. Überhaupt, Museen sollten unbedingt diesen Schritt tun. Also ich bin da auch ein starker Verfechter von, jeder sollte seinen Beitrag leisten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kotzur. Das fand ich jetzt sehr interessant, eben auch mit den Möglichkeiten und Gegebenheiten zu arbeiten, also eben im Außenraum zu überraschen. Und ich denke aber immer noch, dass es da vermutlich auch noch andere Herausforderungen und Möglichkeiten gibt. Aber jetzt möchte ich gerne noch mal Frau Valendé zu Wort bitten. Ja, guten Abend. Ich hoffe, Sie hören mich alle. Ja. Ja, super. Ja, vielen Dank für den Vortrag und die Beiträge. Das war sehr interessant. Ich wollte eigentlich noch mal kurz anreißen, dass ich da auch ein großes Problem oder eine große Herausforderung in Museen sehe, eben klimapolitische Themen, aber eben auch gesellschaftsrelevante Themen einfach zu verbinden, wenn man im Hinblick auf interkulturellen Kunstaustausch, äh, Kunstaustausch, Entschuldigung, und interkulturelle Ausstellungen auch denkt, also im Hinblick auf postkoloniale Themen oder generell eben KünstlerInnen aus anderen Kontinenten und die Sichtbarkeit, die ja auch kommen sollen in europäischen Kunstinstitutionen und da aber immer dann das Problem ist mit eben der Klimafreundlichkeit oder der Klimaneutralität im Hinblick auf Transport und somit halt auch irgendwie immer das Problem ist zwischen lokal und international. Also wie kann man als Museum sich divers aufstellen, internationale KünstlerInnen zeigen, da eben auch einen Schwerpunkt setzen im Hinblick Diversität, postkoloniale Themen verhandeln, ja generell eben eine demokratische Herangehensweise schaffen in Ausstellungen und Museen, wo man global denkt und die steht aber oft oder sehr oft einfach im starken Kontrast zu diesen klimapolitischen Themen, die einen dann als Institution auch zwingen wieder viel lokaler und nationaler zu denken und ich sehe da irgendwie eine große Problematik und Herausforderung und Divergenz, die da irgendwie ja stattfindet und die auch die Interessen kollidieren lässt in Museen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese wichtige Frage, die auch das universitäre Fachkunstgeschichte im Kern oder ins Markt trifft eigentlich. Reisen wir noch zu Kongressen, wen laden wir ein und wer hat Vor- und Nachteile davon? Und deshalb fand ich diese Frage sehr, sehr wichtig und Miriams was hat sich gemeldet. Ja, auch da, also das ist eine Frage, die uns auch total umtreibt, aber auch da, glaube ich, ist es so spannend, nochmal neu das Museum zu denken oder diese Selbstverständlichkeiten, die so drin sind, weil wir als Museum Ludwig natürlich weiterhin interessiert daran sind, international zu denken und zu arbeiten, aber wer sagt denn, dass eine Ausstellung drei oder vier Monate nur gehen darf oder dass es eine gewisse, also wie lang kann eine Laufzeit sein und wie kann man dann dadurch Transport zumindest reduzieren oder wie lang darf die Vorbereitungszeit einer Ausstellung sein? Wir haben einmal durchgerechnet, wir hatten eine große Ausleihe nach Japan und hatten dann ausgerechnet, was wäre eigentlich der Unterschied gewesen jetzt in unserer CO2-Bilanz? Wir haben die Sachen alle geflogen nach Japan, wenn wir das per Schiff und wir wissen auch, ein Schiff ist nur nicht klimaneutral, aber die Differenz war doch enorm zu sehen, wenn wir uns die Zeit gelassen hätten und so weit vorbereitet gewesen wären, dass wir die Objekte für, keine Ahnung, drei Monate aufs Schiff hätten packen können, was hätte das für einen Unterschied gemacht? Also da, glaube ich, ist eben dieser spannende Punkt, wo wir, also der einerseits wehtut, aber gleichzeitig auch irgendwie so viel Gewinn bringen kann im Nachdenken darüber, was eine Ausstellung sein kann und wo wir an diesem Rahmen vielleicht rütteln können, ohne dass wir inhaltlich in irgendeiner Form starke Verzichte wirklich leisten müssen. Ja. Nina Schallenberg. Ich glaube, dass wir diese Widersprüche einfach aushalten werden müssen. Wir werden sie nicht auflösen können. Es wird nicht gehen. Das ist, wir können, also wenn sie sich für das eine entscheiden, dann entscheiden sie sich gegen das andere. Wenn sie sich für das andere entscheiden, wiederum gegen das andere. und das, was sie ja mit ihrer, also jetzt gerichtet an die, an die Fragestellerin, ich habe da so rausgehört, sie hätten gerne eine Lösung, aber die Lösung gibt es nicht. Es bleibt immer ein PAD. Ja, also man kann sich bestimmte, weiß ich nicht, Zoom macht es möglich, dass man sich irgendwie international zusammenfindet, ohne, dass man sich ins Flugzeug setzt. Solche Lösungen gibt es natürlich, aber es wurde auch gesagt, und das wissen wir alle aus eigener Erfahrung, manchmal braucht es einfach so eine Präsenz. Manchmal muss man sich einfach irgendwie mal ein paar Stunden wirklich zusammensetzen und irgendwas besprechen und all die nonverbale Kommunikation, die sich hier über diese Bildschirme ja jetzt auch gerade nicht wirklich vermittelt. Manchmal braucht es das. Okay, dann braucht es das. Dann müssen wir das akzeptieren, dass es dann halt so ist, dass wir eben dann in dem Moment, wenn wir irgendwie durch die Gegend fliegen, eben nicht klimafreundlich sind, können wir so viel kompensieren, wie wir wollen. Es bleibt trotzdem ein Verbrauch. Ja, dann muss man dem einfach ins Auge sehen. Und entscheiden, sich dafür entscheiden. Aber nicht, aber eigentlich, das wird nicht funktionieren. Damit werden wir einfach keine guten Strategien in Zukunft entwickeln können und keine guten Standpunkte. Herr Vogt, Herr? Ja, es gibt ja da so ein paar Denkansätze, die, glaube ich, weiterhelfen bei der Frage, die auch von den großen Stiftungen kommen. Also die Studienstiftung setzt zum Beispiel die Unterstützung von Auslandsreisen mit der Dauer des Aufenthalts in Verbindung. Also um dieses schnelle Hin- und Herreisen sozusagen zu verhindern, aber sozusagen geplante, wichtige Reisen weiterhin möglich zu machen. Also das, ich glaube, das sind diese Abwägungsprozesse, die wir jetzt tatsächlich in vielen Fällen führen müssen. Das ist nicht eine Frage, wir machen gar nichts mehr oder alles, sondern es geht darum, eben beschränkte Ressourcen sehr zielgerichtet einzusetzen und zu gucken, was ist eigentlich am wichtigsten und worauf kommt es an. Und ich glaube, man kann also wunderbar erst mal das erste Drittel an Reisen durch Zoom loswerden und dann bei den nächsten beiden Dritteln überlegen, wie macht man es jetzt und was ist besonders wichtig und was muss gleich sein und so weiter. Aber ich wollte nur sagen, da sind wir nicht alleine. Diese Kriterien werden gerade im großen Bereich entwickelt und da gibt es gute Vorschläge, die wir alle, glaube ich, anwenden können, ohne dass die Folge ist, dass man auf Austausch verzichtet. Ja, also ich, ja, das denke ich auch und ich denke, es ist tatsächlich eine ganzheitliche Herausforderung. Also ich glaube nicht, dass wir einfach nur einen Aspekt ansehen können, also Klimafolgenanpassung. Also als gerade diese Frage kam, nicht mehr sammeln, bin ich innerlich zusammengezuckt, weil ich dachte, also für mich müssen Museen weiter sammeln, um auch die Gesellschaften, in der sie sich befinden, abzubilden. Ja, also die Diversifizierung der Gesellschaft. Wenn wir jetzt aufhören würden, wäre das für mich nicht das, was ich von einem Museum mir verspreche, in Kontakt mit dem, zum Beispiel als Beispiel, eine sich migrantisierende Gesellschaft ist noch lange nicht abgebildet in Museumssammlungen. Ja, und wie lässt sich, wie lassen sich all diese verschiedenen Herausforderungen, Aspekte auch miteinander verbinden? Und ich denke, das geht nur ganzheitlich. ganzheitlich. Also es geht nur, sich alle Bereiche, auch wenn sie konfligieren und im Widerspruch zueinander stehen, sich genau anzusehen. Also das ist, finde ich, schon auch eine Herausforderung. Ich sehe natürlich, dass das problematisch ist und auch immer wieder die Frage ist, was ist wichtiger? Aber dennoch ist es meiner Meinung nach tatsächlich sehr, sehr wichtig, an viele Aspekte des Sammelns und Verwahns zu denken. Jetzt ist die Frage, gibt es noch Redebedarf? Ich denke, es gibt ganz viel. Ich weiß nicht, ist im Chat noch was. Ein Dankeschön von Frau Wallendet. Matthias hat es ja gerade gesagt, das ist ein Auftakt für weitere Sitzungen, die wir haben werden, die sich ganz anderen Aspekten noch zuwenden. Und auch das ist natürlich, für mich ist das sehr wichtig, dass wir diese eine Sitzung, das eine Panel als Beitrag verstehen, eine Öffnung, eine Türöffnung, eine Fensteröffnung, die aber auf alle Fälle durch andere Aspekte und Perspektiven ergänzt werden muss. Und zum Beispiel den Aspekt der Kunstproduktion, ja, des Machens, das wird sicherlich in der nächsten Sitzung auch zur Sprache kommen. Und ich möchte auf alle Fälle jetzt schon darauf hinweisen, das wurde am Anfang ja schon gesagt, am 22. Mai findet die nächste Sitzung statt, die organisiert wird von Julian Stalter und Ursula Ströbele zu Speculative Ecologies in Contemporary Art. Und sie sind alle herzlich eingeladen, wiederzukommen und auch mit dem Vorwissen, was wir jetzt haben. Aber natürlich auch, wenn das Publikum nicht Teil dieser ersten Sitzung war, lässt sich auf alle Fälle partizipieren. Jetzt noch einmal die letzte Chance, eine Frage zu stellen, weil wir schon unser Zeitlimit etwas überschritten haben, aber noch nicht so viel. Also anderthalb Stunden bis ein Dreiviertelstunden hatten wir uns gesetzt. Ja, dann würden wir noch mal vor allem danken, ganz, ganz stark danken, weil einige der Panelistinnen haben sich sehr kurzfristig auch entschlossen und zu uns stoßen. Da sind wir natürlich besonders dankbar und wir sind sowieso allen vier unglaublich dankbar. Ich fand, die Perspektiven waren, also vieles wurde vielleicht jetzt auch gar nicht angerissen. Manches heilt sozusagen im Kopf nach. Also ich denke auch die ganze Zeit an die Druckgrafik und also diese, klar, die Fragen von künstlerischen Techniken, die werden wir komplett neu denken können. Ich denke natürlich auch an meine Wandmalerei oder so, das ist auch alles komplett im Abhängen von Klima und so, aber man kann da wirklich komplett neue, das ist auch sehr anregend, aber wir werden das nicht, wir konnten es nicht erschöpfen, aber vielen, vielen Dank noch mal für Ihre Zeit, auch dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, mit uns zu diskutieren und vielen, vielen Dank auch noch mal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und alle anderen. Wir sind ja auch einige schon gegangen, logischerweise, klar, aber vielen, vielen, vielen Dank auch für die Fragen noch mal aus dem Chat und danke auch am Zentralen Zug für die vorbildliche Unterstützung, es war großartig. Ja, und also in diesem Geiste können wir dann einfach weitermachen in einem Monat, dann übernimmt Ursula Ströbele und Julian Stalter. Vielen Dank. Dann wünschen wir noch einen schönen Abend. und Vielen Dank.